Wie gefällt es dir bis jetzt im Europapark? Was hast du den coolsten gefunden? Der schnelle Zug. Und das Essen ist auch gut. Ja. Schmeckt es? Wo bist du jetzt gerade am Essen? Im Griech? Im Kyros? In der nächsten Mal. In der nächsten Mal. 3. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 10. Was ist das? Ja. 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 Ja.